Ja Ja grüß Gott, hier ist Rasser von der Mainville. Ist da die Rosi? Ja Rosi, heute ist Rosenmondag! Ja und, was ist das? Heute ist Rosenmondag, Rosi! Ja, das weiß ich schon, wer passiert Bernd Rasser von der Mainville ist da, heute ist Rosenmondag, Mensch! Ja, das ist mir wurscht! Wie bitte? Das war wurscht! Ich seh da, wie der Faschingsrufe ist Wie? Das ist da wurscht? Ja Und wenn doch heute Fasching ist, du kannst doch nicht sagen, das ist da wurscht, Rosi! Mir ist das wurscht, weil ich eine Faschingsrufe bin Jetzt hör halt auf, Rosi Du bist noch im Bett, weißt du das? Du bist noch im Bett, Rosi! Und reinig Jetzt hör halt einmal auf, das gibt's doch gar nicht! Ja Aber du bist doch die Rosi, ne? Ja, reinig Und heute ist doch Fasching, das hab ich gedacht, jetzt zack und Rosi und so weiter Ist dir das alles wurscht? Ja Ja, Rosi, was mach ich denn jetzt mit dir? Was? Ich hab noch nicht so ganz rausgefunden, Rosi, ob's dir einfach so wurscht ist oder ob du vielleicht weißt, warum's dir wurscht sein sollte Das weiß ich auch, ja, aber weißt du es mir trotzdem, weil ich bin ein Faschingsmuffel Aber Rosi, kennst du denn unsere Aktion? Die kenn ich freilich, aber mir ist trotzdem wurscht, weil ich bin echt ein Faschingsmuffel Mir macht das gar nicht, ich mach mal nichts aus dem Faschingsmuffel Wir halten also fest, du hast richtig reagiert, bist aber trotzdem ein Faschingsmuffel Faschingsmuffel? Ja, ganz schön, ja Naja, aber vielleicht kann man trotzdem, auch wenn du Faschingsmuffel bist, dir ein wenig Brotzeit vorbeibringen heute Mittag, wär doch so verkehrt nicht Mittag, ja, Mittag bin ich daheim Jetzt schläfst du wohl noch? Ich schlafe noch, ja, ich bin noch im Bett Entschuldigung, Rosi, hab ich dich aufgeweckt? Kein Problem, nein, ich hab noch Radio schon eingeschaltet, weil ich wollte im Zimmer aufstehen Und dann muss ich immer ein Schlaufe einschlafen und dann verschlafe ich, nehme ich noch ein Fasch Aber so bist du noch nie aufgeweckt worden, ne? Nein, so noch nicht Mit der Rosi, wunderbar Das ist ja Faschingsmuffel Also Rosi, du hast traumhaft und richtig reagiert, das ist mir wurscht, genau so muss es sein Jawohl Ich rufe dich später noch einmal an, wenn du dann wach bist, dann klären wir alles mit der Adresse Und dann gibt's heute Mittag ein bisschen Brotzeit Rosi, Dankeschön derweil und ich melde mich wieder Ja, danke